auch hier hat sich um ein weiteres von jetzt er hat kommt ein sniper ff ab wie vor es ist die vorhanden sich folgen natürlich ff ab wie vor ist mir scheißegal mit dem Florian und dem Rene ein ich würde auch mal sagen es gibt keine Scheiße ich würde sagen du bist kalt dieser Schwuchze ich würde sagen du bist kühl wie ein Schrank dieser Schwuchze versteckt sich doch kacke lauf mir doch nicht weg du Bastard wenn ich doch absehe weißt du wer kühl ist es gibt es jetzt hinter mir ich habe mich voll erschrocken als wer kühl ist wir sagen ein Kühlschrank nicht immer wenn der Stecker draußen ist nein bei mir geht gar nicht die Lucia leider hat er hat wenn man meine Waffe hat vor nicht so viel Power wie deine die derzeit die Karte einfach Bär Karpon aber das ist in der Schuss das Quatsch ich habe Schüsse gehört ich bin ja auch nicht Worte hell das war zwar abgene oder jemand hat unser Passwort geknackt was ich jetzt nicht glaube das Passwort ist Cremeschnitte genau also wenn ihr zuhört ihr könnt mit dem Passwort die wissen nicht mal welche Nummer das ist die Kennern mit uns in der E-Mail-Adresse Idioten wie sollt ihr unsere E-Mail-Adresse dafür wissen das sagt die Kampel doch so ist dass jemand YouTube bei einer Spiel ich dachte man geht Helfer sein in den Idioten ich weiß ehrlich gesagt nur wo ich bin wo ich bin ich weiß ich nicht auf die Hand es kräftelt Alter Scheißer ich verfolgt die Städte und du rennst weg dein Ernst ich habe nur null Kills war wie deine Waffe glänzt hast du die Glocken ich hab die Dessert Ege Gold er jetzt war Boah wie alle hier Snipern ey was für Arschgeil Dein Ernst Blut Dein Ernst ja was denn nein dein Ernst René dein Ernst ja ich wollte wirklich nicht weggesniperrt klar doch der hat gestreut ja trotzdem gesniperrt nein sauer er ist in der her oh ja ich hab's gesehen ich habe deine Waffe genommen aber ich finde eh keine ich schaff's eh wieder auf den letzten Platz zu kommen wir das übernimmt heute war ich das packe ich ja ja klar ich habe die Partie die Leila ich ja auch aus und der Sport nicht zu beantworten die wird bei der ich habe ja auch erlaubt ist noch natürlich Kameradenschweine das ist gerade Szenen er hat er zähl doch was ja ich bin er hat eigentlich immer nach langen muss es heißt kann sie wie viele Kuchen steckt sei nicht ein Prozent dass mich einmal getroffen ja angeblich Vorhalte ich bin so vor dass ich so viel Kugel habe 13 Schusser soll die 17 Alter und da war es zielt die Trenz war es zielt die Zoller ist so wohl hält und so ziemlich die ich umbringen 3 Scheiße bis jetzt gar nicht wo ich bin ja klar ich muss echt nach ey ich bin so dumm ich will echt zu dutzen und nachladen oh das war knapp oh ja oh war das knapp ich habe ihn weggebämpft nein ich habe ihn weggebämpft er hat mich weggebämpft mit meinen Raketen wow Leute wieso muss ich jetzt nachladen ich habe dich gar nicht gesehen ey Duell in der Morgensonne ich habe doch gesagt du holst mich ein er hat dich noch nicht eingeholt habe ich noch nicht schaffst du aber was eine Stille nein ach Gott da ist er alter da ich habe auch gestochen auf 10 hast du mich runtergebracht nein oh Alter wie fällt du das ich habe die sogar noch abgetroffen getroffen getroffen das 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 jetzt habe ich schon 70 ich habe auch den Skill dass ich auf 50 hochkommen und und wie soll ich ziehen oh Gott oh Gott hat er ist schrocken ich bin der Welt der Welt auf der Scheiße und aller Tränen und die Kacke der Welt ist er nennen 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 ja in letzter Zeit Oh Gott schocken ja ich habe quasi abgeknallt so siehst du ich werde letzter das war eine sehr gute Sequenz ja ich habe letztens das große Flimmer angeguckt in Politik mit der Ziele das habe ich auch gesehen mit der Telerita Telerita ich habe dich noch getroffen oh du hast mir echt viel abgezogen echt 16 Leben oh das ist jetzt nicht besonders viel das wollte ich das war mein Ziel ich wollte genau 16 Leben abziehen ja aber wieder voll weil ich ein Halfback gefunden habe ja ich habe aber mein Ziel erreicht also halt es machen wir jetzt kann ich erstmal wieder stundenlang nach euch suchen mhm 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 oh Gott Alter wie viel Leben noch 16 hatte ich noch mhm 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 Mh auch die Grenzen schönen schon Diese Ds aber auch Nein ich wollte gerade zur Seite gehen und jetzt Scharfschützen daraus Jan Trinning kam von hinten Ich hab gesehen, wie der kleine Fuchs da ist. Bis auf der Dachs, der von Fressner. Du Sack, ey! Boah, geht Telerita schnuppeln. Was? Was? Ach, Mist! Hab dich zu spät gesehen. Was? Was? Passis, definitiv beim Telerita Fernsehdienst. Okay. Wo sie schwucht, Oh, Oh! Oh Gott! Dieses Scheiß-Dragonhoff, ey! Zehn Schuss und ununterbrochen Schuss. Dragonhoff! 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 Wow! Ich hab dich voll gesehen, ey! Das war witzig. Ich lade jetzt schon mal nach. Ja, ich hab was von Fehlern gelernt. Ich hab auch nachgeladen. Ja, ich hab jetzt, nachdem ich die... Also ich hatte voll hab dich abgeschossen und dann... Boah, ich hab dich gar nicht bemerkt! Tja. Wie jetzt zum Beispiel? Ach, der knallt einfach mit seiner Tragekopf. Tja. 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 wahrscheinlich gegen Flo wieder wie der Lobanien mit seiner Dra... der kommt echt von hinten ich hab den Kampf... ich hab den Kampf gehört Halt die Fresse! Nein! Erstmal streu mit der Dragon of Air Fack! Ey, man, ich hab' keinen Bock mehr, ey! Ich kacke, ich bin! Ach, ja, nimm's mir auch! Ich hab' voll vergessen, dass du aufnimmst! Ja, du bist wirklich kacke! Fuck! Das geht! Anstatt mal zu zielen und mal drauf zu knallen, weil ich einfach mit meiner Scheiß-Igeler... auf dem Bau... Hast du dir aber ordentlich getroffen? Nicht! Ja, ist klar! Da hab' ich mich ordentlich getroffen! Und zwar mitten ins Herz, ey! Ich seh' dich gar nicht passen! Ich seh' dich gar nicht! Ich war gut getarnt! Ja, ich war gut getarnt! Feuchtig! Ich hab' doch nicht vor, dass du mich siehst! So ne Schwuchtel! Hahaha! Hahha, haha! Ja! Hey, passiv, guck mal! Oh Gott! Hey Mann, ich wollte verkünften, diesen Bomben attackieren! obwohl nicht so funktioniert wie ich dachte nicht so gepackt aber ich habe ihn gekriegt das ist das wichtige quer was fällt einfach laufen als reichen Leike kämpft im Ernst Leidtel klar ist klar er will ich ficken älter ist so ein Schwuchtel ich habe Schwuchtel Leidtel ein paar wenn sie sich über mich hier voll um den Leben voll zutritt ob die Schufe vor Pascal Lütz schießen Sonnum und Sonnum die Schmerzen ja klar das ist ja auch richtig älter ist durchsuchen sind ich sag doch gleich geht er jetzt er wird an haus Prozent aus der Art der besten ich bin bei der National Bank kommt bei der Ost 3 kommt zu haus 3 aus 3 bestimmt ist er da ich bin da wo das Prozent Kassel wo die ganzen Couch Tische sind das ist das Restaurant oder was auch immer das war gestern wo ist die Schwucht ich schieße mal da kannst du meinen Punkt sehen nein bist du behindert jetzt sieht man sich einen Punkt ich gehe einfach weg ja und was bringt mir das ich bin in der National Bay bist du das ja hier okay nicht abballern gewusst die Sprache ich kriege jetzt erst mal auf die Fresse wo ist der da ich hab ihn getroffen ja ja wo aber ne bitte er wird verprügelt wo treffen wir uns jetzt da wo Passi ist wo ist der Sinn siehst du nicht die Punkte ne ich bin anscheinend zu weit weg von euch ja da 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 Flo ich komm ich komm da hin ich komm da hin oh Gott hier ich bin hinter dir ich bin hinter dir ich bin hinter dir okay 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 bist du tot weg hier okay wo bist du ich will hier oh ich schieße du bist da oben okay ich komme hoch ich komme hoch ich bin's hier hinter dir hinter dir hinter dir über dich ich hab voll Angst ich hab voll Angst ich auch wir müssen uns hier nein wir pflanzen uns nicht fort hey 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 Eier nach Weg ich wollte ich kaufe den das du hast mich beschnitten Junge der ist auch gut so dann ist die die Chance niedriger dass du ein normales Els Chris okay ich komme jetzt die Leiter hoch ich bin da gar nicht auch ich bin Partie ich bin Partie und auch auch ganz nein der von der Ehe und Gott Nein okay ist er tot es ist tot 2 ja ich hab ich die Tessert Gold die Verräter ich wollte nur die Tessert Gold du bist so ein Verräter ich hab dir vertraut kein Problem ich hatte ich gesehen ich habe auch gezielt aber du warst hinter diesen scheiß Busch ja ich hab einen fetten Busch du Buschkind hey ich hab ein Haus okay ja wieso bist du dann hier wieso bist du hier ich hab nie gesagt dass ich neues hab oh das tut mir leid für dich ja es tut mir leid Fick dich quasi ey wie der einfach nur gezielt hat wie kann man damit zielen auf 10 Meter Entfernung zu ziehen man zielt halt um zu treffen ne ja aber mit einer Sniper auf 10 Meter Entfernung zu zielen und zu treffen obwohl man in Bewegung ist das ist schon ziemlich heftig ja mit so einer Dragon Love einfach rein steuern pass auf hinter dir René FACK ich muss doch nicht nachladen Alter wie ich nachladen musste ach kacke ich hab ja gesagt pass auf hinter dir René die Leute die hier zuschauen müssen echt denken dass wir voll die Oberprofis sind angeblich ey Flo ich bin hinter dir nein das bin ich scheiße scheiße das ist alles Posi das war ja wirklich Posi da war ja wirklich Posi ne da war wirklich jemand hinter mir ja ich hab dich ja gefragt aber du wolltest das nicht hören ja du hast aber gesagt du bist hinter mir da hatte ich hab ich hab eigentlich gehofft da hatte ich nicht so viel Angst weil ich hab zu hau HA ich wusste es fuck wo bin ich ne lach lach denk mich mal sie scheiße ach nein ich reite den Vogel ich hab den Vogel geritten ich reite den Vogel ich hab dich als was gesagt hat angebot anvisiert nein nein ich hab schade passiv okay aber ich möchte ja auch ab 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 Abschied für diese Folge Artikel ja ich bin ja auch ich ja bis sie uns das auch und bei der Ehe doch auch vor der Lebensstattung her genießt noch die letzten 10 Sekunden Ciao Tööö ich sag schon mal schon war das ich sehe ein Punkt Oh nein nein bis denn Ciao Tööö Oh ich hatte fast Pasi noch einen geholt